Hallo, hier ist Martin von MyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 1. November 2023 und damit offiziell ist der Oktober jetzt vorbei und unser DAX, der weint, unser Bär, der hat seine Ketten nicht losgekriegt, der hat einfach nicht rausgekommen, konnte hier nicht auf Ja gehen, konnte nicht wildern und nun muss er zusehen, wie hier der November kommt, dürfen wir gespannt sein, ob der hier mal ein bisschen mehr kann, das was wir zum Oktoberfluss gesehen haben, ja, gut, jetzt ist der Feiertag ein Großteil von Deutschland gewesen, ich glaube jetzt zum Mittwoch sind auch nochmal ein paar Bundesländer dran, ja, da sind die Umsätze ein bisschen geringer, auch wenn der DAX ja trotzdem geöffnet hat, man muss ein bisschen aufpassen, dass er sich jetzt hier nicht in der untergeordneten oder in der übergeordneten politischen Verkeilung jetzt hier noch eine kleine bärische Verkeilung gönnt, weil die Aufwärtsrennkarte, die ist ja recht steil, ne, und oben ist er recht flach unterwegs, Das könnte im Zweifel sonst noch eine bärische Verkeilung werden, die würde ich aber erst antraten wollen, wenn der unter 67 fällt, unter 67 würde ich dann eigentlich auf den Gap-Kluss hier unten zielen, ja, also so unter 67 für mich abwärts, sollte, er muss das aber auch bestätigen, er muss das zeigen, er muss auch wirklich drunter bleiben, Wenn ihr seht, der schnüppelt da nur einen Punkt drunter und zieht direkt wie ein Dummer nach oben, dann ist das eher eine Longchance sogar, dass da ein Fehlsignal wird und der dann nochmal versucht, nach oben was drüber zu legen, ansonsten hatten wir besprochen, dass wir hier oben eher Richtung 900 uns orientieren, ähm, doch 949 hatten wir gesagt, ne, wenn ihm das gelingt, wir gucken auch gleich mal im Tagesschartsprecher, aber auch nichts dagegen, da hier mal ein bisschen weiter rauszunehmen, Ihr seht, ich habe hier ein paar neue Trendlinien mit reingemalt, einfach um nochmal zu zeigen, der Abwärtstrend hier ist tot, der nächste Abwärtstrend, der liegt das hier oben, wir haben einen kleinen Durchschnitt hier in dem Bereich, also ich spreche überhaupt nichts dagegen, auch mal hier so eine Tiefstar jetzt anzusteuern, die da eher im Bereich um 1550 liegen, ja, wenn er sich dann hier irgendwie versucht noch aufzudrehen, und solange er da Stärke zeigt, und ich sag mal über 867 jetzt bleibt, würde ich ihm schon noch Raum geben, nach oben da ein bisschen was zu machen, nein, 949 wie gesagt, aber da ist auch locker eine 1550 drin, oder wenn er sich Mühe gibt, na, und dann können wir von dort, ja, also perfekter Verlauf für mich, wie ich finde, wäre jetzt hier hoch, 1550, hier einmal unten dran, dann nach unten, Gap Close machen, Doppelboden bilden, und ab Jahresendrelle, ich gebe ihm, ja, das wäre eigentlich ein schöner Verlauf jetzt, so für die nächsten Tage, nächsten Wochen, gucken wir mal, was draus macht, Ich denke, so ist das Bild hier relativ einfach zu deuten, einfach zu werten, muss bloß die entsprechende Geduld mitnehmen, ich glaube, heute sind wir mit nicht mal 10 Punkten pro Stunde unterwegs gewesen im Bewegungstempo, das ist schon deutlich langsam, aber auch hier im Tagesschart sieht das wieder ein bisschen freundlicher aus, na, schön vom Trend nach oben jetzt weggearbeitet, also sieht gar nicht so übel aus, na, also auch wenn viele hier richtig ängstlich geworden sind, auch wegen Nachrichten und so weiter und so fort, kann das nur jeden Tag immer wieder aufs Neue erzählen, also das, dafür sieht der Chart echt noch wirklich gut aus, also, das hat er so nicht mitgenommen, das kam den Leuten schlimmer vor, wie das, was eigentlich ist, weil die Bewegung für, für August, September, Oktober, also, da ist er wirklich glimpflich davon gekommen, der DAX, wirklich glimpflich davon gekommen, na, also, das muss, das muss man einfach so sagen, das ist nicht viel Bewegung, wie viel Prozent sind das gewesen, was der hier runtergegeben hat, das ist doch ein Pipifax, das sind nicht mal 15 Prozent, das sind gerade mal knapp 10, 12 Prozent, was der vom Top weg verloren hat, also, das ist wirklich human, das ist wirklich human, ja, gut, Punkt, Ende aus, lass mal so, lass mal so stehen, ja, 67 unten, 800, als Begrenzer und Schwungholer nach oben, und ansonsten 900 anpeilen, 949 und drüber 15,50. kann man so zumachen, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen, haben wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.